So, dann schauen wir doch mal, wieviel das hier heute gibt. Jede Drehungswehe, so kann weitergehen. So, dann schauen wir doch mal. Los kommen bei Ihnen noch hier. Und heute drehen wir mal jede Runde Blazing Games, los geht's! Das war schon wieder für den hohen Zahn hier, los drehen Mascheta! Tja, los! Tja, da rückt der Ärmisch nach! Na dann spiel kannst du da eine Tonne hauen! Tja! Tja! Junge, 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 Junge! Das können so löschen, das Ding! Und heute gibt's mal ne Runde Black Hole! Da sind wir noch mal gespannt! Ach guck, die Schlonze ist schon mal da ran! Tja! 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 so eine klinigkeiten wow Na, kannst du aber richtig ausrasten hier. Ja, genau, so musst du das machen. Ich hasse Black Hole. Oh, 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 oh. Na ja, wir haben ja wieder ein paar Wochen Ruhe. Und geh erstmal wieder nicht zurück. Ja, nimm, nimm, nimm. Ne. Jetzt übertreibt er auch. Doch, ja. 4,90 Euro. Ganz große Klasse. Ja, nimm mal die 84 und wechseln. Ganz schnell das Spiel. Aber ganz schnell. So, dann drehen wir noch heute mal hier ein paar Runden. Feuer frei. Oh. Oh! 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 Oh, great! Again, it's to him! Oh, oh, naftan ihm. Das ist klar. Okay. Kommt zu oft der der Savakoff. So, eine Chance geben wir ihm noch. Nö, soll nicht sein. Na denn nicht? Tja, Mistmaler. Gut, einmal Spielwechsel. So, dann wollen wir mal gucken, ob der hier was holt für uns. Oh, 80. Boah, der Dicke. Den hätten wir nicht genommen. Oh, da ist Kena mit bei. Oh, 600. Herzinfarkt. Ja, die kleinen Dreckdinger da immer. Mann. 8,88 dazu. 2,94. So, ja. Mal hin. So, heute möchten wir mal ein bisschen drücken hier. Los geht's. Mal gucken, ob wir dazu kommen. Oh, da ist ein paar Zeug. Oh. 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 ? 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 Ein Stückchen noch! Mando! Daneben! Mando! Hallo! Ab in der Action Games! Achtung! Start! Achtung! Start! Nein! Oh! So ein Mistbock! Mann! Okay! Da blei auch nicht! Chance Fatal! Geilige Diarosstadt! Geilige Diarosstadt! Ehe! 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 Spielwechseln! Und mal wieder! Es ist soweit! Bis sie ruhig aus den Ohren kommen! Diese Teufelsspielen! Da klingt es schon! Und nach 68! 50! Aber schnell! Herzlichen Glückwunsch! Ja! Quatsch! Die Ohren hier, Alter! Wir brauchen die 3 Gelmen! chalken. Es ist auch hier, die Tür zu b Türchen muss. Sie길 zu Hecht. Aber nicht vor sich Porten kann. Sie sehen einzu. nur noch, und sie dienten E-Den. So, wir haben nicht mehr zu erwarten. Und dann hoch und der dritte, ooooh, das wird... Man, da müssen wir doch sogar die 100 drinnen, wenn wir da drinnen sind. Ist doch fast unmöglich, darin leere zuhauen. 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 29. Sieg nur das ist ja schon mal, wenn die Ablottier. 1-1 jetzt mal. 1-1 jetzt mal. Look up! Dann locken wir mal ab. Lass mich raten. Ich tippe auf 7,50. Das ist dann so frisch und gibt ja auch was. Das ist ja nicht vorn. Krass. Mensch. Jetzt hat dir der Teufel gesagt. Mensch, wir wollten noch wechseln. Schluss jetzt hier mit lustig.